Also es geht mehr, ja, der soll jetzt ganz laut schreien, ansonsten hat der Pech gehabt, immer schreien. Also das nehmen wir als Einverständnis aller, weil sie erfolgsgeil sind. Ich bedanke mich für eure Mitarbeit, wünsche euch allen viel Erfolg und die schönsten Videoaufnahmen, die ihr je von euch bekommen habt. Da können wir eigentlich auch nochmal einen Stoney applaudieren, weil das ist ja ganz schön, wenn einer seine Videobeschreibung ist. Dankeschön, deswegen mache ich es nicht, aber es tut gut, wenn er mal... So, ich starte mal. Erstmal Rundeck, ganzloser Hüchsmann, Armel Mayrhofer, Kaufhold, Hackbullut, Vieracker Steinbrecher, Legendary, Baronetz Bujak, also das ist mein Vater, Baronetz Bujak und ich, Baronetz Köbler und Gründl Rüber und Friedel Fischer.